Hi Leute, heute zeige ich euch mal, wie man bei Freunden ganz schnell die 500 Euro Schein unter der Flasche raus bekommt, ohne dass der Ball herunter fliegt. Dazu benötigt man einfach eine Bierflasche, einen Ping-Pong-Ball und einen Geldschein in x-beliebiger Höhe. Garantiert werden eure Freunde dies nicht schaffen, aber ich zeige euch jetzt einen Trick, wie ihr das mit dem Lifehack ganz einfach bewältigen könnt. Und zwar, ihr nehmt den Schein, rollt ihn ganz langsam auf. So, dann rollt ihr das einfach die Flasche, langsam, schön vom Schein herunter. Und zack, habt ihr die Wette gewonnen und dürft jubeln. Und der Schein ist natürlich euer. Und zur Party gibt es noch Bälle. Danke. Danke. Danke.